boah ja meine lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge super mario world zusammen mit mariposa ich spiele übrigens auf der nintendo falls ihr so nicht mitgekriegt habt ja wir sind bei chocolate island 3 ein roter punkt das bedeutet mehrere ausgänge und sprung und dann schauen wir mal ich weiß nicht ob beim chocolate island was war das zwei zwei ne hier ist ein blauer joshi äh joshi chopper das heißt oder kooper bedeutet eigentlich hier sollte man mit joshi rumfliehen und feder wir brauchen ganz dringend joshi dachte da kann man rein los geht doch oh wow münzen und nochmal hoch nein ich bin runtergefallen misst gerade noch so geschafft hoch was kriegen wir da und daneben nochmal ducken und schon wieder daneben nochmal ducken und jetzt habe ich gekauft gucken eine zweite feder im gepäck zu haben ist bei dem level glaube ich nicht verkehrt was haben wir denn hier drin versteckt noch eine feder so viele federn brauche ich doch gar nicht ach gottchen drei stück deswegen läuft hier auch so ein kooper rum mit blau wir nehmen erstmal ich weiß noch genau was die sache ist ganz oben ist eins also höher glaube ich oder dahinter hier ist eins unten kann man lang fliegen da ist eins und ich glaube oben hinter diesen ist auch noch eins das heißt wir besorgen uns nen joshi ja ja das ist das level ich besorge mir kurzen joshi wartet mal einen augenblick ich habe einen joshi das heißt wir starten ich hoffe der joshi überlebt auch bis nach dahinten ich glaube das ist ein ernstes problem versuche einfach sofort einen blauen kooper zu kriegen da ist einer einmal kurz ducken schwupp und jetzt machen wir das einfach so wir müssen ab und an guckt so den einmal ein bisschen ausspucken weil nach einiger zeit fängt joshi an zu schlucken also kriegt so ein schluckreflex und dann ist der panzer weg wir müssen also joshi genau beobachten jetzt fängt an nichts nein mist oh mist hier unten war was drunter aber hier sind ja noch genug blaue kooper ich wollte eigentlich versuchen mit einem panzer zu schaffen ach man immer zu schwer zu sehen wo jetzt ich mache kurz pause so und weiter geht's wir müssen hier versuchen ganz schnell durchzukommen ich dachte unter dem grünen ding ja sehr gut ich nehme jetzt erstmal hier das keine sorge vertraut mir da kommt glaube ich gleich noch was ja da 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 einmal so einmal so und einmal so und ich glaube das war jetzt das hinterste oder nee ich glaube dahinter war das andere das andere ziel da sind glaube ich wie vorne gezeigt drei stück ich probiere es jetzt noch einmal kurz aus den weg skippe ich den habt ihr jetzt schon gesehen wie ich das mache also bis gleich so wir sind hier hinten angekommen der panzer liegt bereit und ab geht's ich glaube wirklich ich weiß noch wo das dritte ziel ist und zwar denke ich dass wir unter dieser was ist das der boden dieser pilz lang fliegen müssen die schwierigkeit ist wir dürfen nicht nein zu hoch und auch gestorben hä wir müssen da relativ tief drunter durch ich besorge mir noch mal schnell in joshi und dann versuche ich es noch mal joshi 2.0 ist am start und jetzt versuchen wir es noch mal ich skippe wieder den obwohl ich bin ja schon in der hälfte ok den rest skippe ich und dann versuchen wir es gleich noch mal ok ich kann nicht skippen ich habe joshi verloren oh man joshi 3.0 ich skippe bis zum ende so neuer versuch würde ich mal sagen wir fliegen da hinten hin und dann muss ich zusehen dass ich das schaffe los ich will das hinkriegen ich bin mir sicher dass dahinter noch ein ziel ist 100 pro sind hier noch die level ja äh warum sage ich immer level es sind leben kinder ok konzentration ja geschafft hier ist keins hier ist keins hä war das doch auf der anderen eck nein oh Mist 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 oh geschafft er ist jetzt nicht gestorben aber da fehlt ein ein ende jetzt habe ich mich umsonst da drunter lang gequält ne ne seh ich nicht ein da gibt es noch ein drittes ausgang ein drittes ausgang und ich ich Mariposa Ming werde diesen ausgang finden basta komme was da wolle mhm wir haben noch nach weiter oben die aussicht also werden wir uns wahrscheinlich warum kriege ich diesen Cooper nicht jetzt gleich da oben sehen ok wir sind am ende wir wissen hier kommt die ranke da ist das eine ziel geht es auch höher wo ist das dritte ziel wo ich muss na jetzt hat er ihn aufgefressen ich wollte gerade sagen ich überprüfe da ist noch einer stopp wollte gerade gucken ob hier noch irgendwo was ist aber ich war echt der meinung hier sind drei ausgänge ich muss kurz was fragen so ich bin zurück vom klo das hat sich gereimt und ich gehe jetzt einfach in dieses ziel wenn jemand weiß ob es stimmt dass da drei ziele sind oder nicht schreibt mir das bitte in die kommentare weil da sind drei solche schildereien theoretisch müssten ja auch drei ziele sein oder nicht oder verstehe ich da was falsch also ja keine ahnung wir haben das eine secret gefunden und können jetzt hier ein rino schloss machen joshi bewacht die tür ich bin gleich wieder da ok was erwartet uns hier drinnen holz noch mehr holz oh nein oh das holz ist spitz näher da durch oh knapp nein ich bin an diesem blöden holzknüppel hängen geblieben ok joshi bewacht bitte nochmal die tür ich versuch's nochmal ok erster holzknüppel zweiter holzknüppel na und jetzt 1 2 3 nein ich brauche einen neuen controller ach wie man immer wenn man zocker ist dem controller die schuld gibt wenn irgendwas passiert macht glaube ich jeder irgendwann oder es gibt ja so viele verschiedene arten von zocker vielleicht sollte ich dazu auch mal ein video machen ja ich habe es endlich geschafft jetzt kriege ich sowas ja danke sehr oh 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 das lasse ich erstmal durch ah Gott sei Dank haben wir schon alle von diesen Knöpfen gefunden jups das erleichtert es mir ungemein hä wer hat denn jetzt hier rum gespucht komm und schnell durch ihr kriegt mich nicht oh da sieht es schon anders aus ah Mist hab ich zum fetten Hintern ich war doch da in der Ecke oh Mist oh oh ach der ist festgenagelt hahaha los nein ich schaff das noch wenigstens haben wir die erste schreckliche Hälfte mit den Holzknüppeln schon hinter uns jetzt müssen wir nur hier diese komischen ich weiß nicht wie sie heißen die Mosaike hier loswerden wenn ich mich vielleicht bücke vielleicht wird es ja dann besser ah oh ja okay wenn man sich bückt oder es liegt daran dass ich jetzt klein bin und nicht so einen fetten Hintern hat dann funktioniert es und hier auch Vorsicht ja diesmal hat es funktioniert oh ganz knapp ganz knappe Nummer da antäuschen und drüber und durch oh Gott antäuschen antäuschen und drüber antäuschen und gleich drüber hier brauche ich nichts antäuschen da brauche ich auch nichts da muss ich vielleicht was anderes antäuschen oh hier kriege ich noch was geschenkt kommen gleich die Rhinos oh die ist meine schwarze Tür oh war das bei den anderen Rhinos auch? Mist eins zwei drei oh jetzt muss ich wieder drauf springen lieber einmal runter da oder oder ne das war falsch ich sollte vielleicht hier bleiben und weg Rhinos weg Rhinos der Meister ist im Haus und das bin ich uuuuuhu jay hat doch dann doch noch ganz gut geklappt oder? also ich find schon Pam Kontinent save sehr gern so chocolate island 4 werden wir im nächsten Part angehen ich bedanke mich fürs zusehen wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar wenn es euch generell mit mir gefallen hat dann würde ich mich mega freuen wenn ihr diesem Kanal ein Abo hinterlasst und wir gemeinsam wachsen können also hoffe ich ihr schaltet auch wieder ein wenn es heißt Super Mario World zusammen mit Mariposa bis dann tschaui